Musik Moin moin und hallo zu einer ungeflickten Runde Batman Origins Wir sind auf Nordiaway.de und ich bin der Geachte und hallo Randy Run hat uns Batman Origins zur Verfügung gestellt Wir können das auch günstig erwerben und wir spielen jetzt einfach mal eine Runde Wir spielen einfach mal Das ist doch Jawohl Ich gucke einfach mal schnell in die Options Ich kann mit dem Controller spielen, das ist schon mal sehr geil Sehr geil Doppeln Ziel Scannen Greifen Unter Und schlagen Das sollte das eigentlich gar nicht gehen Ach Wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge Was ist das? Hinter dir? Oh komm Darauf soll ich einfallen? Probier doch mal was originelles Hä? Was glaubst du wenn du willst? Du Nein, nein, nein Zurück Du Tun wir nicht weh Ich hab die Gerüchte gehört aber Du Ich soll es doch gar nicht geben Wer hat hier gewürtet Ich weiß nicht was es ist, es ist riesig Wo ist Black Mask? Ich, ich weiß es nicht Er will Commissioner Low Vielleicht weiß einer seiner Leute wo er hin ist Was sollte ich denn tun? Er hat meine Familie bedroht Er wollte Ich habe keine Zeit das auszudiskutieren Aber wir wissen beide, dass das ihre Taten nicht rechtfertigt Stellt ihre Funkgeräte auf Kanal 13 für weitere Informationen Ich will mir die Scheiße in die angucken Ich hasse Tutorials Ja BAM Blank Mask Ok , semi Das sind Black Masks, Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Ich werde sie dazu bringen. Ich werde sie dazu bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Weg mit! Für sowas habe ich keine Zeit. Okay, okay. Er ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob! Klug von mir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Jetzt sind wir Rittler-Rätsel geberstückt, oder? Ich fände ja Arkham Asylum mega gut. Also wirklich richtig gut. Und Arkham City fand ich mega scheiße. Ich bin echt unruhig gespannt. Aber spiel ich hier, äh, spiel ich schon. Die Drohne gehört nicht hierhin. Wer die wohl kontrolliert. Scheiße! Das ist ein Albtraum! Jetzt oder nicht! Boom! Immer mehr! Raushalten! Ich komme nur weiter, wenn ich mich über dem Tor hochziehe. Ich muss mich beeilen. Nexos. 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 Wenn du Geld von Blackpast nimmst, musst du ihn gehauen. Was ist das? Sprüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Er zeigt eine Körperbremsung. Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verbundbar. Nicht wehtun! Bitte! Ich komme schon klar. Danke. Ich dachte ich kann die Hecken oder so. Ich dachte ich kann die Hecken. Ich dachte ich kann die Hecken. Ah okay. Ich verstehe. Was ist das? Anrichtung. Wir haben nicht viel. So. Hier kann ich mein Explosiv-Gel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Und wie benutzt ich den Scheiß? Mit dem Explosiv-Gel könnte ich hier ein Loch in den Boden sprengen. Wie schmeidig. Man sagt ja verbrechenlos. Deine Tage sind gezählt. Lauf! Du hast den Mann gehört. Heute Nacht ist der Schottsrenner. Ich weiß noch nicht genau so nervig. Denn hame es einfach mit. Für H escucha wird Technik schon sehr streng bringen. Wie ich das sehe und Schönfunkel. Wir sollten Meyer einfach. Wir solltenци unter der Wache loswerden, damit er es leichter hat. Das Könnt ihr ja machen. Ich verzieh mich! Und mach beim ersten Schnazziladen haltet den ich sehr! Anatories! Für ständige Prügel hab ich mich aber nicht gemelt! Hey! Da sind die Hälfte, die Kinder haben sich nicht mehr gesehen. Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Ich hab dir gesagt, dass wir die Eisrattel haben. Was ist das so? Was ist das so? Die Wand neben ihm ist Popels. Wenn ich es hinter ihm schaffe, kann ich ihn sicher ausschalten. Badclaw. Das ist aber auch noch ein bisschen nervig, müssen wir uns mal in die Tastung da reinkommen. Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit drücken, die Tür zu öffnen. Bitte bewahrt die Ruhe und bleiben Sie in Ihren Zellen. Derzeit wird ein Polizeieinsatz durchgeführt und jeder, der außerhalb seiner Zelle angetroffen wird, hat Gefahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was soll das alles, Sion? Was soll das alles, habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das ist aber zu dir! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Die Show ist vorbei, Jungs. Ich komme zu spät. Der Commissioner ist tot. Black Mask wird dafür büßen müssen. Die Predermausen sind jetzt an, für die Ausflugung. Wir wissen das ernst. Zeig etwas Respekt! Die Tür mal raus. Halt! 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 Die Speicherkarte ist beschädigt, aber ich kann die meisten Dateien wahrscheinlich in der Beth-Höhle lesen. Ich wusste, das ist Deiner. 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 Das ist Deiner. Ich wusste, das ist Deiner. Ich wusste, das ist Deiner.